Hallo, ich bin Darius Memovic, ich bin 13 Jahre alt und bin Linksverteidiger und Innenverteidiger bei VfB Stuttgart. Was waren deine bisherigen Vereine? Der 1. FC Romagna Gmünd und jetzt VfB Stuttgart. Und wer ist dein Vorbild? Zlatan Ibrahimović und Mohamed Ali. Welche Mannschaft hast du bei FIFA? AC Milan. Und was sind deine persönlichen Ziele? Mich so gut wie möglich weiterhin zu entwickeln und mit der Mannschaft die Überliga zu beginnen.